Wir haben jetzt seit längerem im Bett eine hydraulische Matratze. Also die kannst du so mit, du kannst also Knöpfe drücken, die kann vorne, Mitte, hinten. Unterschiedlich. Also die kann auch ähken, ähken, ähken. Ja, das ist eine mitarbeitende Matratze. Und ich sag mal, wenn die nicht mitarbeiten würde, dann würde sich bei uns wenig bewegen. Dankeschön. Gerwig Jakob!